oh mein gott ok ist meine flagge ist meine flagge ist meine flagge also von mb2 zu mb3 wenn ihr das game startet das macht ihr über die mb2 app also die applikation übernimmt er auf der konsole automatisch alle einstellungen die in mb2 schon hatte was bedeutet erstmal braucht ihr eigentlich nicht viel ändern jetzt müsst ihr bei dem ganzen aber bedenken dass mb2 deutlich langsamere spiel war mit deutlich mehr visuellen recoil also visueller recoil ist nichts anderes als die waffe suggeriert euch visuell dass ihr viel rückstoß habt obwohl der rückstoß gar nicht so hoch ist in mb3 ist das 100 mal besser weshalb einige glaube ich mit einer höheren empfindlichkeit spielen können weil sie eben weniger rückstoß auf der waffe haben das heißt sie müssen weniger genau sein ich persönlich spiele auf 7 7 von all denen ist glaube es geht bis 18 oder so geht sogar noch bis 20 das kommt immer ein bisschen auf das cod an es kommt darauf an wie erfahren ihr seid wie lange ihr schon spielt viele tun sich ein bisschen schwer damit mit einer schnellen empfindlichkeit zu spielen ich persönlich habe 7 7 für mich seit zwei jahren als perfekter mittelground das sind aber so settings da sagen euch manchmal so youtuber ihr müsst die genauso spielen das ist quatsch weil ihr habt einen anderen controller als ich eure finger sind anders lang eure hände sind anders geformt ich kenne welche die sind 100 mal bessere spieler als ich die spielen mit 20 20 und ich kenne welche die sind 100 mal besser die spielen mit 22 was für mich was super langsam ist für mich dann gibt es leute die sagen es sieht nur cool aus wenn du mit 15 15 spielst ist quatsch meine empfehlung für alle die gerade mit einem controller sozusagen auch anfangen oder in dem game sich nicht sicher sind macht eure zv also vertikal horizontal nach oben und zur seite auf 9 9 und dann guckt ihr eine runde nicht gegen bots weil dieses ihr müsst dann irgendwie gegen bots testen ist schwachsinn testet in normalen runde macht 9 9 und wenn ihr das gefühl habt ist zu schnell geht ihr einen runter auf 8 8 wenn ihr immer noch das gefühl habt ihr dreht euch zu schnell zur seite oder nach oben nach unten geht runter auf 7 7 macht immer eine richtige runde zieht die durch und guckt ob ihr irgendwann das gefühl bekommt okay so passt es und so gewöhnt ihr euch dann dran und ihr könnt es dann später halt höher stellen wenn ihr wollt helligkeit habe ich auf 48 das ist aber auch ich bin auf dem gigabyte 27 zoll monitor andere von euch spielen mit anderer lichtumgebung da müsst ihr selber gucken es gibt hier immer dieses nicht sichtbar kaum sichtbar gut sichtbar daran habe ich mich noch nie gehalten weil es nichts bringt dieses game ist nicht allzu dunkel man kann es man kann es ruhig etwas niedriger haben 48 helligkeit bei mir ich sehe alles was ich sehen muss gesamt lautstärke ist auch ich habe jetzt auch 84 ich habe hier noch ein sound mischpult mit dem ich das lauter und leiser machen kann das ist reines subjektives empfinden da gibt es kein so laut muss es sein man hört fußschritte generell gut es gibt auch noch ein perk mit dem man es besser hört das zeige euch am ende so controller settings wahrscheinlich das was für die meisten am interessantesten ist ich habe vertauscht an das heißt ich schieße mit r1 und ich ziele mit l1 wenn ihr es nicht aktiviert habt ihr standardmäßig l2 ist zielen r2 ist schießen das mag ich aus dem einfachen grund nicht ich habe von anfang an seitdem ich cod spiele immer r1 zum schießen benutzt nach r1 ist es viel angenehmer für mich als nach hinten zu gehen wo ich durchdrücken muss ist aber auch wenn ihr sagt mit r2 l2 kommt ihr besser zurecht nehmt es ich kann damit nicht umgehen controller vibration habe ich immer aus vibration ist nichts anderes als soll naja leuten die so just for fun eine halbe stunde spielen irgendwie so ein invasives gefühl geben halte ich nichts von haut nur es elm kaputt weil wenn ihr gerade auf jemanden elmt und ihr werdet angeschossen vibriert euer scheiß controller plötzlich und ihr verehmt habe ich keinen bock drauf trigger effekt brauche ich überhaupt nicht haptisches gefühl bei l1 l2 und so ist quatsch toter eingabebereich da werde ich immer so ein bisschen schräg angeguckt meiner meinung nach eingabebereich so klein wie ihr irgendwie könnt hatten einfachen grund ihr wollt das alles sehr zusammengezogen haben weil wenn ihr dann zwei bilder nebeneinander setzt die minimap links oben die dieses jahr wieder wichtig ist ist näher an der mitte als wenn ihr es ganz groß habt so dass ob es einen unterschied macht da streiten sich so die leute ein bisschen ich bin der meinung es macht einen unterschied muss jeder für sich selbst herausfinden dann tote eingabebereich beim stick brauche ich so nicht und hier kommt es ein bisschen darauf an was für ein controller ihr habt und ob ihr stick drift bei ihrem controller habt wenn ihr kein stick drift habt das heißt stick drift bedeutet ihr guckt beim zielen geradeaus ihr seid im scope und euer visier geht nicht so mit solchen kreisen oder dreht sich die ganze zeit zur seite dann ist euer controller heil das merkt ihr auch beim spielen und dann wollt ihr minimum auf der linken und rechten seite so niedrig wie möglich haben so niedrig wie möglich hat eine einfache begründung ihr braucht euch dann nicht ärgern dass es sich so anfühlt als wenn ihr wie sag ich das als wenn ihr so input delay habt denn so höher ihr den tod bereich macht umso mehr könnt ihr stick drift ausbessern aber umso später reagiert der stick auf eure eingabe dass ihr euch bewegen wollt dass ihr zielen wollt dass ihr schießen wollt 7 7 ist relativ niedrig ich habe kein stick drift ich könnte es auch auf 3 3 machen das macht aber keinen unterschied wenn ihr es selber mal testen wollt macht mal auf 40 zum beispiel und spielt einfach mal spielt einfach mal spielt mal zwei minuten die welt sofort merken es fühlt sich total schwammig und nervig an wenn ihr einen controller habt der so kaputt ist dass ihr hier irgendwas über 20 braucht solltet ihr gucken dass ihr halt einen neuen controller bekommt weil dann ist eure leider kaputt maximum ist 99 ihr wollt dass euer controller wenn ihr den an den anschlag nach vorne drückt dass der bis dahin auch ein befehl annimmt wenn ihr das hier nur bis zur hälfte macht ist euer ganzes aim im arsch zielen habe ich ja 7 7 hier das ist etwas was wir noch nicht so lange können aber seit ein paar jahren der zv empfindlichkeits multiplikator das hier ist wie schnell kann ich mich ohne im scope zu sein nach rechts links oben und unten bewegen gucken das hier entscheidet wie schnell ich wenn ich im scope bin also im visier meine empfindlichkeit habe die wollt ihr nicht so hoch haben ihr wollt wenn ihr jemanden im visier habt relativ genau sein ich habe 0,75 ich habe aber insgesamt sowie horizontal und vertikale empfindlichkeit meine einstellung etwas niedriger als die meisten ich komme damit einfach am besten klar das für mich ist es angenehmer ich habe auf lange distanz dadurch den vorteil dass ich shots die sehr sehr weit gehen sehr gut kontrollieren kann dafür ist jemand der eben sehr nah an mir dran kommt oftmals im vorteil weil ich etwas länger brauche um mich umzudrehen müsst ihr gucken für mich ist es wichtiger longshot zu treffen als jemanden der eh hinter mir steht weil er okay du kannst wenn du schnellere empfindlichkeit bessere turnons verteilen will ehrlich sein wenn du movement hast kannst du das auch so vertikale zielachse ist eigentlich egal habe ich standard das hier taktische haltung ist auch 1 0 ich mag diese taktische haltung nicht das ist dieses wenn ihr rutscht dass ihr dann diese waffe so dreht ganz ausschalten kann man es wohl nicht zielreaktions kurve ist der aim assist ist dynamisch bei mir habe ich das gefühl zusammen mit black ops ist der beste aim assist und der der am meisten passt aim assist in mw3 ist meiner meinung nach schwächer als in mw2 bin ich super froh drüber ich weiß es gibt jetzt wieder die maus und tastatur spieler die sagen aim assist ist aim bot ich weiß nicht wie man darauf kommt ich beteilige mich an dieser diskussion auch gar nicht mehr wenn es so unfair wäre kann ja jeder mit maus und tastatur sie einfach ein controller kaufen und damit spielen ich persönlich finde black ops dynamisch ist das natürlichste gefühl wenn ihr damit nicht zurecht kommt dann müsst ihr ein bisschen austesten präzision ist auch in ordnung allerdings greift er dann wirklich nur wenn ihr sagenau wirklich sehr genau auf dem gegner seid und dann greift aber extrem das hat mein aim immer durcheinander gebracht deswegen zielhilfe an black ops dynamisch passt gameplay automatischer taktik sprint wenn ihr sprintet wollt ihr in den taktik sprint und ihr wollt nicht dass ihr die ganze zeit euren stick durchdrücken musst so brauche ich nur einmal antippen und er macht automatischen taktik sprint finde ich am interessantesten eigentlich klettern am boden ist an das sind alles so mehr oder weniger unwichtige sachen sprint türeinrennen ich hasse türen in cod aber wenn da eine tür vor mir ist will ich nicht an die tür rennen viereck drücken damit sie öffnet und dann durch sondern ich will einmal durchrennen können deswegen habe ich das an soll gibt es hier irgendwas interessantes eigentlich nicht das hier danke an den youtube kommentar von heute ich glaube kacka war das weißt du der hat mir gesagt ich soll taktik zv aktivierung auf aus machen und das empfehle ich euch wenn ihr das auf aus macht und ins rutschen geht kommt diese anzeige nicht mehr dass er sagt wenn du so zielst kannst du die waffe so halten game changer hat mir sehr geholfen vielen dank dafür empfehlung von mir priorisieren interagieren bedeutet wenn ich nachladen möchte ist es bei mir so dass ich einmal tippen muss wenn ich interagieren möchte muss ich gedrückt halten so dass ich dann nicht statt gedrückt halten nur einmal tippe weil dann wechsle ich die waffe das ist sehr subjektiv ich finde es so am angenehmsten weil es mir so nicht allzu häufig passiert dass ich anstatt nachladen aus versehen die waffe wechsel mit einer waffe die irgendwie vor mir liegt oder so so und das hier schnelle c4 detonation es gibt in der beta aktuell noch kein c4 wird aber im full game sein kann ich euch nur empfehlen solltet ihr schuss um schuss dann könnt ihr mich ein c4 werfen doppelklick vier und es fliegt eine in der luft in der luft fliegt es dann in die luft grafik textur spring auf abruf habe ich ich habe keinen paketverlust bisher außer an einer runde ist deutlich besser als die letzten jahre bewegungsunschärfe wollt ihr aus waffenunschärfe wollt ihr auf tiefenschärfe aus bildrauschen aus das sind alles settings die für ein kino feeling sorgen sollen und sind für die trailer die ihr bekommt wenn eine neue season ist aber fürs gameplay ist es scheiße ihr seht weniger es ist verschwommen ihr kriegt kopfschmerzen fidelity crs ist für eine bessere bildauflösung und höhere grafik das rendering ist dadurch schärfer meine empfehlung auf 100 es sieht viel besser aus das game 120 fps habe ich an sichtfeld 117 ihr könnt 120 machen umso größer das fov umso kleiner erscheinen die gegner bei euch meiner meinung nach 117 ist für mich der sweet spot alles über 100 würde ich sagen ist akzeptabel alles unter 100 sieht leider sehr sehr langsam aus und ist für mich zu anstrengend hier wollen wir selbstverständlich kamera bewegung auf minimal und hier bei helligkeit habe schon gehabt die 48 nichts besonderes bei audio da könnt ihr mittlerweile wieder kopfhörer bass verstärkung auswählen war in mb2 für mich schon the way to go ist es immer noch ich habe jetzt noch nicht dedizierten video darüber irgendwie gemacht und getestet wie die fußschritte wie am lautesten zu hören sind aber ich kann euch sagen kopfhörer bass verstärkung ihr hört schritte sehr gut ihr hört granaten sehr gut wenn jemand nach lädt man hört mehr als genug dicke empfehlung probiert es so aus sprach chat könnt ihr gucken was ihr haben wollt ob ihr euer mikro testen wollt das sind alles so sachen die sind eigentlich unwichtig wenn man ehrlich ist interface untertitel habe ich alle aus die brauche ich alle nicht die nerven alle sprachauswahl ist deutsch farbanpassung könnt ihr auch noch gucken das sind meine farbanpassung die ich mir vor einem jahr selbst erstellt habe ich habe das gefühl dass ich dadurch gegner teammate auf der minimap die jetzt ja mittlerweile wieder gegner zeigt am besten finden und sehen kann ihr könnt euch das gerne 1 zu 1 kopieren ihr könnt ein bisschen rumspielen meine empfehlung alles was ihr abballern wollt sollte immer in einer grellen farbe sein so wie bei mir rot weil das bedeutet ihr seht als erstes minikarte form quadratisch jemand der die minimap mit rund spielt hat sein leben nicht im griff rotation selbstverständlich an fahren kreuze an treffermarkierungs anzeigen an all diese sachen helfen euch im spiel einfach besser zu sein und dann zum schluss bevor ich euch dieses eine perk zeig was euch fußschritte lauter hören lässt latenz und paketverlust habe ich in meinen multiplayer runden immer an wenn ich nämlich links oben die anzeige bekommt 20 prozent paketverlust 100er ping kann ich direkt aus der runde raus mir eine neue runde suchen und brauche mich nicht damit aufhalten ghost kugeln zu schießen weil die empfind bei der ping bei mir so schlecht ist dass ich in die luft schießt sozusagen und dann gibt es eine wichtige einstellung die könnt ihr gerne für euch testen und zwar gibt es bei ausstattungen das knochenschall headset verringert die kampfgeräusche um feindliche schritte und schüsse besser identifizieren zu können ich persönlich habe das gefühl dass meine schritte leiser sind dadurch oder ich höre sie leiser und man hört die schritte von anderen spielern lauter das soll ein konter sein für all die spieler die später totenstille spielen ist für mich in ordnung ich werde so lange spielen wie ich das hier noch nicht frei habe und diese beiden mal teste aber geist werde ich wahrscheinlich niemals spielen von daher aktuell ist das hier meine definitive entscheidung das zu nutzen später bei stufe 27 bekommt ihr etwas neues und das zeige ich euch hier noch einmal und zwar bekommt ihr die verdeckten sneaker verhindert schrittgeräusche totenstille ab level 27 level 27 werden wir in der nächsten am nächsten wochenende haben dicke empfehlung lasst ein like da lasst ein abo da wenn ihr fragen habt schreibt sie ein